hä achso wir sind noch einmal mehr ich dachte wir wären zu zweit der dino ist hier spät ist auch hier auch gerade friedlich munition dino 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 warte mal ja was ist das für eine map achso ok ich habe deine waffe noch nicht richtig gesehen die map ist kacki warum hast du mir jetzt hier die sniper weggenommen oder was wo war hier eine sniper welches neid die stelle die erlangen hast ich habe ein zweiter als trader das wissen wir ja nach die dichte in der ecke oder die sieht man überhaupt nicht ich will haben mich für das nein oder überlass ihm bitte die sniper wenn er die zeit als nicht gibt muss ich töten und ich würde die weit geht es denn hier noch hoch ich fühle mich gemobbt den soll ich jetzt töten der sniper spring vom dach in meine arme mein wer ist ein traitor ich kann mich nicht beide töten ein freundes Treibchen ist der Trailer ich bin alle spezifikation also ich will jetzt einfach den Dino tötet ihr beide seid ihr seid Traitor und demnach muss ich der Dino tötet ich bin Traitor was soll ich denn das sagen ja sag ich jetzt nur ja er ist Traitor Tatsache Spitz, was machst du? Spitz, springt einfach vom Austag wer lebt noch? ich lasse da auch ein Fass liegen, ich mach auch ein Fass auf welcher Art war ein Fass? richtig geiles Fässchen ne das kannst du alleine saufen, das schmeckt mir nicht ich mach einen guten Whisky auf das ist schon viel besser so ne gute Flasche Artbag am Abend ist doch schön oder? ja man jetzt kommt es jetzt kommen die Whisky-Kerner ach da wird schon Montag um 8 schon eine Whisky-Blasche aufgemacht ne Feierabend-Geschen mehr nicht nö morgens 8 Uhr in Deutschland da bin ich in der Arbeit das ist doch egal da bin ich schon fast fertig mit der Arbeit also wenn ich da um 8 Uhr Whisky saufen würde oder müsste dann wär ich wahrscheinlich schon total fertig mit den Nerven um 10 Uhr oder um 11 Uhr wird schon gehen da hab ich Feierabend wann fängst du morgens mal an? ähm 2 bis halb 3 ok jetzt kommt der Berufetalk kommst du jetzt mal hoch gekrochen? ey ich bin doch schon da oben ey bist du im fein Gebäude ey sag mal ich bin doch nicht blöd also beim anderen kam ich doch gar nicht aufs Dach aber ich weiß ich komm auch nicht ganz aufs Dach naja siehste ey man ich steig gleich aufs Dach wenn das noch so weiter geht komm runter ja soll ich wirklich springen? also ich sniper grad aufs andere Dach rüber da ist niemand das ist mir ach so du snipest nö dann bleib ich drin puh wo bist du? tja such mich doch aber ich bin doch so fly das ist doch mir gell wo bist du? ich bin voll dick ey das stimmt bist du? wo sind denn die Dullis? ach sie sind tot ja wobei bei Spezi wär ich mir nicht so sicher warte mal ah die Spezi ist tot liegt da oben das ist ja anbelieferbar wo ist der Dullis? solltest du wieder runter kommen oder was? also du musst zu mir kommen ne? nö sicher kann ich dann doch deine Overtime Haze geht und es läuft bald ab doch das macht fast gar nix das macht fast gar nix er sitzt da mit seiner Whiskypulle und er passt schon na klar logisch logisch also soweit kommts noch ich hoffe es ist Qualität wer ist hier grad ein Prop? ach Qualität Qualität das ist immer zweitrangig haupte Qualität ist wichtig und ich hasse die Leute die irgendwie Whisky mit Eiswürfeln trinken ja tja ich glaub das kannte ich auch nicht was ist das ein bisschen Standardmuschung fuck you verpiss dich diese Props ne ich schwing dich nicht scheiß drauf ich bin am Eingang unten beim Gebäude hörst du dich nicht schießen ich mach extra Spaß da mit der Schieß ja der hört mich einfach nicht wo ist er denn gewesen? da drüben ja da ist er drin schieß drauf ich hab keine Moneten mehr wir haben Dosenliebe gemacht habt ihr euch weg gebechert? ja wir haben Schmidt gebechert übrigens ich hab ne Sniper ne also damit das wisst ok wir töten Ray nein du hast doch eben gesagt alle mit Sniper töten oder nicht? nein das war vorher Aua nicht die nicht die Traitor töten Traitor ist nett bestimmt hey wer ballert mich an? wer war das? genau wer war das? wer hat mich angeballert? wer war das? ich bin draußen schieb das nicht schon wieder auf ja ich bin auch draußen also sag nix ich auch ja ich bin draußen geil Späti du bist drinnen er war's wieso? ich glaube er war's ja ich baller mich selbst an du hast bestimmt ein Fass angeschossen oder so natürlich weil ich dumm bin Klappen welche Waffe hatte die Person? Sniper ok ich hab ne Shotgun hier dann war's auch ne Shot Rifle ja ist klar dann wärst du nicht mehr am Leben doch wenn der kein Aim hat schon dann hättest aber auch keinen Schaden bekommen ey Späti ist hier na ehrlich Späti ist im Server oh nein Traitor nein Späti ist hier bei mir im Raum ah Späti ist bei dir im Raum oh ficken Späti ist ein Headshot 3 2 1 Spaß ich sehe gleich mal nen Headshot passen ja ich glaub Späti ist Trader oh das Pony kommt das Pony kommt das Pony kommt ich starte als der Spezi jetzt Späti aufzuziehen Späti aufzuziehen der soll es bei sich das Pony gewesen sein oder wie? ich hab nur da ist das Pony ich hab nur da ist das Pony ich hab nur da ist das Pony der Spezi zielt mit ne? wenn ich mich bewege ich hab nur das Pony das Pony Bewegt dich im锁 bin ich ich hab nur da nicht ja ja aber er bewegt die Maus schön soll ich dir ja auch deutlich haben schon einmal durch die Ritte ziehen boah läuft so beweg ey soll ich dir ja auch ein bisschen schlöckchen Richtig mit Stückchen und so weiter, ist doch das schönste Ist der Rosettenkrieg Machen wir jetzt hier ne Dachparty? Ja, mach mal ne Dachparty Wow, Alter, ich wäre fast aus dem Fenster geflogen Ich höre schon mal die Krober aus Na, da oben Ich wollte die Treppe hochstecken Bin noch nicht da Ja, aber das ist ein halbfertiges Eine halbfertige Etage Wo noch ein Fenster ist Vergesst das Spätsi Ja, na klar bin ich hier Spätsi ist es Spätsi ist es Ja Ganz klar, Spätsi ist es Geil, sie hört auf mich Ja Alter, ich hatte nicht Ich wollte eigentlich was anderes wählen und nicht diesen Thomas grad verschießen Thomas? Ich wollte nur gucken, was du an hast Das ist Thomas Richard Cress Ja, nichts besonderes habe ich an Ja, so an Unterwäsche und so Ja, Heizwäsche Dessous Doch Die ist blau Heizwäsche, wer braucht das schon? Wunder damit und Fell Die Frauen da Gedanken machen Jetzt bin ich nur noch innocent Jetzt hab ich meine ganze Dings verbraucht Jetzt bin ich Trader und jetzt ist niemand hier Haha, scheiße Ich krieg Schaden, von was? Hi Habe ich gerade vom Tisch Schaden bekommen? Ernsthaft? Spätsi oder Animax sind es vielleicht? Wahrscheinlich Ja, auch vielleicht Ja, sonst Ach, sag er mal Animax Ich spiele den Tisch Spätsi versucht mich zu Popkill mit dem Tisch Popkill? Versuch die wegzupoppen Ich spiele den Tisch am Verteidigungsmodus So So So, wo sei der denn? Na, warte, es geht so Er laute, ich bin ein Traitor, fein Er schießt mich Okay Okay Wo bist du? Ich bin doch direkt vor Ja, invisibility, ne? Was soll ich sehen? Oh Da bin ich Hier, guck mal, ich bin ein Traitor, er schießt mich Er ist doch nirgends Wo seid ihr denn schon wieder? Hey, ich bin direkt vor dir, Pony Hä? Du redest nicht mit dem richtigen Pony, glaub ich Ach, Herrgott, seid' normal Ja, schau dir mit dem Pfeilchen Animax Tschüss Seid ihr in einem Haus drin? Doch, scheiße Seid ihr in einem Haus? Willkommen im Keller Also, ich seh dich Ich seh den Pony Ich bin der Spann am Fluch Ach, du, ich schieße das Fenster auf Brrrrrr Ja Alter Ey, warum hängt deine Uzi in deine Muschi? Wenn du sagst, schieß das Fenster auf und dann schießt du das auf Solltest du echt vorsichtig sein Ich wollt grad drauf schießen Mit meiner Schuhe B.C. warum hängt die Uzi in deine Muschi? Was soll ich jetzt so? Was macht ihr so? Ja, ich halte Ich halte ein Pino gefangen In meinem Keller Jurassic Park Pony, was sollen wir jetzt machen mit dem? Ich würde sagen Headshot Weißt du, das ist nicht Denkst du nicht, dass es ein bisschen aggressiv wird? Also 33% Chance Und Spezi ist aggressiv, weil er lässt den Dino nicht raus Ja? Ja, ich will hier raus Und Spezi schießt Droppen mir in Thomas Droppen mir in Thomas Droppen mir in Thomas Droppen mir in Thomas Ich hab keinen Thomas Dann ist es anscheinend nur noch 50-50 Wahrscheinlich PZ hat n Thomas getroppt Was? Nein hab ich nicht Da liegt der Was? Wo? Das ist ne Pistole Martin Ja und Thomas, wie sieht Thomas aus? Genau Mal sehen wir die Pistole aus Pistole Hier guck Das ist ne Pistole Ja, verkackt Ne? Ja, kannst du mal da aufheben Ich bin da jedenfalls kein Trailer Ihr könnt mich umbringen Ja, du hast doch jetzt Thomas oder nicht? Ja, benutze es doch, komm Ich hab nichts Warte, wir probieren es mal aus Ja, probier es aus Ja, das ist ne Pistole Scheiße Scheiße Ich sag Runde Schau, genau Ne, du bleibst hier Nein, du bleibst hier Warum hast du jetzt ne Kurbe in der Hand? Ich will hier raus Warum hast du ne Kurbe in der Hand? Weil ich keine Waffe mehr hab Ja, warum nicht? Weil ich die doch gerade gedroppt hab Und warum? Was hast du für ne Waffe, Pony? Ne Pistole Hast du noch ne andere Waffe? Soll ich schießen? Nein, ich hab keine andere Waffe Doch, hab ich hier so Guck Ja, gib ihm die mal bitte Drop ihm die mal Wieso soll ich ihm die droppen? Ja, mach mal kurz Was? Warum hattest du Waffen, du Spacken? Oh, Alter Random Nein, der hat keine Waffe Die Waffe wäre automatisch aufgehoben worden von ihm Wie du sie gedroppt hast Ist sie aber nicht Und warum läuft das Spiel hier noch? Und warum musste ich die droppen? Was? Was? Oh, Alter Ich bin der Shooter King Ich weiß, was gute Spiele sind Peng, peng, peng Und ganz viel Bum Da fallen alle Feinde um Ich bin der Shooter King Der ganz früge am Computer fing Ich wurde in dem Moment gekillt, als ich die Waffe aufgehoben hab Echt? Ja das hat ja so lange gedauert wer lebt denn jetzt eigentlich noch? Leute wer lebt denn noch? ich lebe noch willst du mal vorbeikommen? ja wirklich tatsächlich komm mal vorbei warte kurz ich muss jetzt was kaufen los kauf und komm hier runter gleich warte kurz kann man das second chance zweimal kaufen? so jetzt reicht's los jetzt komm ich zu dir NEIN ich war noch nicht bereit du wickskopf Arschloch wickskopf hab ich dich getroffen? nein glaub nicht dass ich das nicht gemerkt habe 12 HP sind was schönes hm ich hab keine Trailerpunkte mehr hör auf komm 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 hier runter ne kein bock aha du gibst erst zu dass du schiss hast Ja! Gut! Ich hab auch Schiss. Gehen wir kuscheln zusammen? Nee, das ist einfach zu dörtlich. Also wenn du weiterleben willst, würde ich dir raten, bleib weg. Mann! Scheiß Hacetime! Ich fand das lustig. Das ist mal so lange gedauert, bis du wiederbelebt wirst, ey. Ich warte extra, bis die Zeit komplett abgelaufen ist. Dann wartet niemand. So, jetzt lasse ich euch hier nicht raus. Ihr könnt aus dem Fenster springen. Ich den nicht rauslassen. Ihr könnt durchs Fenster springen, das ist noch offen. Ich hab ne Riffler, bin ich jetzt Trailer? Geh mal weg, Pony! Geh mal weg, Pony! Geh mal weg, Pony! Ja, oder geh ich eben auf die andere Seite. Aua! Hi! Wie sahst du ihn rausgelassen? Ja, wie sahst du ihn rausgelassen? Wie sahst du ihn rausgelassen? Wie sahst du ihn rausgelassen? Das Pony ist Trailer. Ja, ist es. Nein, das andere Pony schießt mich jetzt nicht. WC? WC? Ich schieße ihn jetzt, okay? Nein! Er hat mich auf 5 TRP runtergeschossen. WC ist es okay, wenn ich ihn jetzt erschieße? Nein! Ich sag nichts dazu. Ich mach mich aus dem Fenster! Raus dir! Hä? Das letzte geht nicht so. Geh das letzte echt nicht kaputt? Hä? Das geht kaputt. Alter du Ficker ey! Traitor Schwein! Ist das ein verfickter Ernst? Genau! Ist das ein verfickter Ernst? Ja! 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 Der schießt ja nämlich nur auf 50 runter, ja? Damit ich ihn noch töten kann, damit ich Minuspunkte bekomme. Aber der sch... Och das Karma! Das ist schlimm! Ja! Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch 100% Schaden mache. Der kommt Spezi. Ja! Ich hab eine Dose oder sowas in der Hand. Hä? Ich mach Musik! Oh! Das ist geil! Achso! Oh lol! Hä? Hä? Das Ding ist grad... Ich hab's grad... Irgendwie hier herangeklebt. Warum liegt deine Leiche? Dino von hinten! Wie geil! Warum liegt deine Leiche? Warum liegt deine Leiche? Weil er ihn erschossen hat. Weil er ihn erschossen hat. Weil er ihn erschossen hat. Aber hörst du eigentlich nicht zu? Nein, hör ich nicht. Ich warte mich auf, dass du eine Shutgar und damit das nicht was ich alle mocksen kann. Ja, ich geh mal lieber. Genau! Hau ab und hol mir einen Knochen! Beti wo bist? Ich will morxen! Ich weiß wo der ist. Ich sag's dir aber nicht. Ich hab Angst, dass du Traitor bist. Das ist auch durchaus berechtigt. Weißt du, das bringt doch nicht mal euch doch zu verarschen. Weil ich will ihn dann nur erreichen, dass ihr Rantum macht. Aber naja, gut. Okay, lassen wir das. Rantum? Rantum, ja. Was ist dein Rantum? Na? Oh, Animex, du. Erwerber. Beschuss auf Freund. Oder Beschuss auf Unschuldiger. Hast du ja eben gerade gerollt. Was sollen die Scheiße? Was? Ich hab immer noch 50 HP. Bist du blind? Nein. Dann war das... Ja, ich seh, dass du verwundet bist. Aber das kann, stimmt. Das muss aber nicht. Hier, ich kann auch nicht doppelt springen oder so. Hörst du, wie ich auf die Taste drücke? Ja, es ist ja in Ordnung. Ich geh ja schon. Und ich kann auch nicht schneller laufen und sonst nichts machen. Ja, es ist gut. Bleib da hinten. Du musst mir jetzt nicht noch mehr beweisen. Geh mir nicht da auf den Piss. Ich muss den anderen da suchen. Der ist Traitor. Jetzt hab ich rechts rum. Der ist hier irgendwo, meine ich. Ja, geh in Deckung. Irgendwo wird das schon sein. Ich laufe mal. Der Freund ist auf jeden Fall hier lang gelaufen. Da. Spezi, komm raus. Spezi, du sollst rauskommen. Ich bin kein Traitor, Mann. Spezi, raus, komm. Animex, du Traitor. Ich mocks dich. Komm raus. Wenn du mir zu nahe kommst, komm ich dir zu nahe. Dann ist dein Gehirn weg. Ja, dazu müsste ich wissen, wo du bist. Ja, der ist auf jeden Fall hier. Der ist hier oben geschlichen. Ich glaub, der ist hier oben. Ja, ja. Ich hab da eben grad auch schon was gesehen. Aber hm. Spezifikation. Wo bist du? Ich weiß das nicht. Ich bin im Moment auch gar nicht in deiner Nähe. Ach so. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigen oder verunsichern soll. Äh. Beides vorbei. Aber um mich musst du am allerwenigsten Sorgen machen. Spezi. Naja, die Zeit ist das eh gleich rum also. Ja, das stört mich auch nicht. Ja, stört mich auch nicht. Und so. Ja, mich auch nicht. Okay, es geht weiter. Ace Mode. Overline. Ich hab das Pony lebt wieder. Ich hab das Pony lebt wieder. Späcki. Wo bist du? Späcki. Es tut er wieder so, als sei er tot. Irgendwo ist er, man. Garantiert. Na ja. Ich hab bisher nicht ein einziges Mal so getan, als wär ich tot. Fuck ey. Nee, Spezi ist da... Alter, man muss sich am Ende der Map verstecken ey. Spezi ist total innocent, was das angeht, ne? Ja, ja. Das sag ich auch immer. Das sag ich auch immer. Über die random kills gegen mich. Das ist typisch. Der Perk, um doppelt so schnell zu schießen, hat irgendwie nicht so viel gebracht. Und anwechselnd war dieses Mal nicht später. Oder schneller zu schießen. Du hast dich aber sehr sehr auffällig gehalten. Ich hab dich nirgendwo gesehen. Ich hab ne Sniper übrigens, ne? Ja, ich hab mich im Keller versteckt. Weil ihr mich töten wolltet. Ja, da hast du recht. Ja, da haben wir Prop Hunt gespielt. Ja, ich wollte ihn auch töten. Warum wolltet ihr ihn alle töten? Der Dino ist hier, der Dino hat ne Shotgun. Der zieht auf mich. Shotgun für Nahkampf. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich lauf hier einfach mit ne Shotgun. Und außerdem bin ich nicht im Zielmodus. Und schießen tu ich hier auch nicht. Aha, wer schießt denn hier? Ja. Da. Seit wann hört sich denn ein Shotgun Schuss wie ein Schuss aus einer Magnum an? Das ist also ein Magnum gewesen gerade. Schieß mal mit deiner Magnum. Ja. Dino? Ja? Schieß mal mit deiner Magnum. Bitte? Schieß mal mit deiner Magnum. Ich hab da ne normale Pistole. Du hattest grad ne Shotgun in der Hand, ne? Na Shotgun, Pistole. Ich hab alles. Ah, und noch ein paar Thomas und so weiter. Schön wärs. Er hat Schaden bekommen. Wovon hast du Schaden bekommen? Hier bin ich. Erschieß mich. Nein! Warum soll ich die erschießen? Aber ich würd's gern machen. Guck dir mal her. Siehste? Das kannst du nämlich nicht. Natürlich. Guck mal. Such lieber Specki. Viel wichtiger. Alter. Pony ist hier. Pony und zielt. Finde ich so fett. Pony? Was denn? Was was ich um Pony Love halte? Mollisch? Beim letzten Mal warst du hauchdünn. Warum schießt du Dino die ganze Zeit mit deiner scheiß Waffle an? Ich hab Dino nicht einmal angeschossen. Aua. Kann der Dino bezeugen. Das hätte er gemerkt wenn ich ihn angeschossen hätte. Über das Pony zieht auf mich ne? Ja. Weil du den Dino angeschossen hast. Hätte Dino nicht einmal angeschossen. Wurdest du angeschossen Dino? Nein. Siehste. Na gut. Aber das klang so als... Immer mich verdächtigen ne? Pony Love. Die größten Freunde werden immer zu den größten Feinden. Das ist dieser... Er hat mich nicht getroffen. Spezial. Ich hab nur die scheiß Snipes nicht gehört. Ja ich hab mich da unten runter gestürzt. Achso. Das klingt an einer guten Idee. Ja das war auch... Vom Horrorspringen. Ich bin verletzt. Hilfe. Ich wusste nicht wie ich hier rüber kommen soll. Rüber gehen. Ja das hab ich aber nicht... Ich hab den Weg nicht... Falltaste nach vorne. Auch Wege ne? Je nachdem wie du spielst. Ja ich bin behindert. Achso. Drücke einfach mal Alter 4. Dann kannst du sehr schnell rennen. Ja klar. Alter 4 auf dein Leben. Warum geht das Pony gerade runter? Warum geht ihr beide da gerade runter? Weil ich Bock drauf hab. Weil es so ist... Pony ist gar nicht hier ok. Spezi? Äh ok. Späzi. Wo ist das Pony hin? Ich hab's gegessen. Boah wo bist du denn jetzt schon wieder Spezi hin? Ach hey. Ach hey. Das... Na ja. Ich hör schon wieder die Thomas. Ja. Spezi ist es. Na ja. Hab ich dir schon fast gedacht. Es ist Spezi. 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 Ab. Als ob. Ich bin ganz lieb. Danke. Ja. Na komm mal. Da komm mal ins Haus. Ja. Na kann ich nicht. Du bist so weit oben. Genau. Bader mal weiter. Verbraucht den ganzen Muni. Du weißt ja wie das geht. Das weißt ja am besten. Shopping. Nein. Du Säckl. Das sieht halt geil aus. Schön ranzoomen. Fabnel. Wie geil ist dass sie mir den Mund aufreißt. Wie geil. Das war geil. Das war geil. Das war kein Thomas. Das war nicht mal Thomas. Das war ein Shoot-Up-Ding. Okay. Ja gut. Das habe ich nicht gesehen. Weil ich schon wieder ein Bild-Freeze hatte. Nein. Du hattest keinen Freeze. Du hast getanzt. Hä? Du konntest dich dich bewegen. Du konntest dich dich bewegen. Durch den Shoot-Up-Ding. Du bist sozusagen eingefroren. Kannst dich nicht bewegen und stirbst dann. Alle anderen haben Spaß beim Zugucken. So mein liebes Spiel. Darf ich auch mal wieder Trader sein? Oder hat Chris wieder wirklich was gedreht? Hier ist ein bisschen Abgrund. Da kann man in der Runde? Ich glaube wenn ich Trader bin, dann töte ich einfach das Pony. Was? Warum? Ich höre immer auf das Pony. Das ist die letzte Runde die ich jetzt mache übrigens. Was heißt letzte Runde? Das heißt er geht danach offline. Weil es nämlich schon spät genug ist. Wir meinen es aber nach der Map oder nicht? Wir spielen doch nicht mehr aufs Ende. Das sind auch fünf Runden. Ja okay. Natürlich. Das ist wichtig. Ja, denk an die Aufnahme. Ja, denk an die Aufnahme. Denk an die Aufnahme. Denk an die Community Mensch. Natürlich. Kein Community Gedanke hier. Warum schmeißt du gerade eine Granate auf mich? Das war eine... Das... Das haben uns das Pony gesagt. Das war nett, dass ihr mich hier rauf geholt habt. Ja, hab ich sie auch gesagt. Das war natürlich geplant. Warum habe ich eigentlich nur eine Pistole? Das ist unlogisch. Hä? Wow. Das ist ja aber stimmisch hier. Ich hab nur eine Pistole. Hat wäre eine Waffe für mich? Ich hab ne Mac... Mac-10. Ich hab ne Pistoffen. Was? Ich soll dir meine Mac-10 geben? Ich kann dir die Kugel aus meiner Mac-10 geben. Willst du die von meiner Pistole haben? Ganz schnell! Mal gucken. Was? Der soll für meine Pisse haben? Natürlich, Alter! Pissen uns gegenseitig ins Maul. Das muss ja mal voll sweet sein. Das wird mal Whisky. Ja, Mann. So wird das gemacht, Leute. Merkt es euch. Okay. Ich bin allein nach oben. Oh ja, ne Waffe. M16. Scheiße, bin ich gespawnt, ey? Hier sind nur Dreckswaffen, Mann. Ich hab ne Rifle! Wir sind geile Waffen. Nein. So. Du sagst, die einzige Waffe ist ein Shotgun. Ja, ich hab ne Shot-Rifle gekauft gerade. Achso, ja. Dann töte ihn mal. Nein, nicht töten. Traitor-Leave. Pony-Leave. 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 Leute, ich will in den vollen tausendmal Pony-Leave unten in den Kommentaren, damit sich der liebe Mondmeier mal wieder rekrutiert. Hey, ich hab ne Shotgun. Hallo? Ich hab ne Rifle. Guck mal. Guck mal, ich hab ne Bissola. Ich hab einen Penis. Was? Wollast du auf mal damit, bitte? Aber ja, dann zeig ich's dir. Okay, wo bist du? Ich kenn mich mit Pony-Pimmeln aus. Pony-Pimmeln. Bei den Spielern nennt man das Magneto-Stick, aber das ist nur so ein Kinky-Dame dafür. Weißt du, so kann ich dir mal meinen Magneto-Stick zeigen. Du bist hier mit der Shotgun. Der Dino ist mit der Shotgun hier. Natürlich bin ich hier mit der Shotgun hier. Der Shotgun-Fanaka, wer ist Trailer? Er ist nicht mehr da bei mir. Dann müsste ich rein. Dino, 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 Dino ist bei mir. Allo, 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 allo. Ganz ruhig. Sagst du, allo, 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 allo. Ich geh mal dem Dino nach. Ich glaub das andere Pony ist der Trailer. Natürlich. Ich geh mal dem Dino nach, der ist mir grad verdächtig. Der hat ne Shotgun. Okay. Dino! Du hast gesagt, ich bin dir verdächtig. Also dann hattest du mich doch schon. Ich hab noch nix ge-requemert. Das war doch alles Spekulation. Weißt du, du wärst mit deinem Leben noch davon gekommen, wenn du nix gesagt hättest. Ja, aber so, das kann ich ja wirklich nicht auf mich lassen lassen. Ja, ich bin ein Held. Ja, das find ich richtig gut von dir. Aber du bist tot. Der böse Trailer. Pony! Leute, Hashtag Pony Love. Hashtag Pony Love. Wir müssen ihn wieder zur Besinnung bringen. Ja, damit ich dich wieder zur Besinnungslosigkeit bringen kann, richtig? Oh ja. Ich hab schon wieder ne Snippern, ne? Bei mir steht Traitor, was heißt das? Was heißt das, du krass bist? Oh, cool. Ich töte jetzt das Pony. Nein, du liebst das Pony. Ach so, ich lieb das Pony, okay. Was mach ich denn sonst? Du kannst ihm auch irgendwas hinter den Arsch schieben. Du tust ihn töten und wir dann stattdessen warten, bis einer von unseren Mitarbeitern vorbeikommt. Er wird dir dann belehren, was es heißt, sich in der Tivilisation zu integrieren. Wir nehmen doch jeden Traitor auf. Ja? Ja, du könntest mal kurz zäh drücken, weil alles tropen, was du da drin findest. Ja, warte, ich mach das mal kurz. Funktioniert nicht, da passiert nichts, wenn ich zäh drücke. Ach, scheiße. Oh Gott. Musst du, musst du jetzt grad da rennen, wenn ich auf diesen Scheiß-Tüschfeuer, also in echt jetzt. Und sag mal ja Bescheid, wenn du da die Treppen hochläust. Okay, ich komm zurück mit nem Tisch. Ja, okay, wunderbar. Ich will doch hier keine Wände veranstalten. Pony! Wo ist Pony? Pony! Ich bin hurt. Was hast du für ne Waffe, Pony? Ich glaubst du hurt, Pony? Snipper. Wot mir angst, Pony. Da kommt noch jemand. Ich geh auf den Tisch. Geh auf den Tisch. Zeig dir Pony-Liebe. Oh. Ja, Pony-Liebe. Das war keine Pony-Liebe. Warte mal, funktioniert das? Nein, ich bin runtergefallen. Das ist Pony-Liebe. Scheiße. Ey, das hilft. Pony war zu krass. Ich wusste es. Wie gut, dass ich kurz davor aus dem Fenster geflogen bin. Der läuft auch noch rein. Geil. Wer war jetzt Trader? Animax. Nein, ich bin ja aus dem Fenster rausgefogen. Erst Everytime-Trader. Aber ich hab doch gewonnen, oder nicht? Nein. Hä? Was war... Hä? Wer hat denn überlebt? Der Trader. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab euch beide gekillt. Nein, 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 das ist eine Lüge. Ah, Dino! Hi, wollen wir Lauf machen? Ja, was wollen wir machen? Hallo, Pony, gehst du mir fremd. Du willst doch nichts mehr von mir selbst schuld. Nee, aber du musst trotzdem hier nicht zu anderen gehen, ne? Doch! Dann musst du mir deine Liebe beweisen, wenn ich dir treu bleiben soll. So ist es nicht. Ja, ich töte dir das Pony, egal was ich bin. Nee! Das Pony... Das Pony ist nett. Das Pony ist im Keller. Mann, was ist denn das? Oh, gut, dass das Pony sein kurz ist. Das Pony ist. Das Pony ist. Das Pony ist. Anni, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Wir verstandst du uns hier. Gut, okay. Wir machen jetzt den Tisch vor. Ah, am besten da vor dem Gang. Oh, ich weiß, wo ihr... Ich glaube, ich weiß, wo ihr seid. Ich kann den Tisch nicht aufheben, woher liegt das. Ja, gut, dann kannst du ja kommen. Wir wissen ja alle, dass du später bist, Spezi. Wieso kann ich den Tisch nicht aufheben? Nein, tut mir leid. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir schieben, wir schieben, wir schieben. Okay. Ich kann zu euch kommen, dann tötet ihr mich. Oh, das geht aber wirklich nicht. Scheiße. Vielleicht können wir ihn schieben, warte mal. Naja, ich versuche es gerade ein bisschen nach vorne zu bekommen. Warte, nach vorne ziehen kann ich ihn, glaube ich, mit dem Ding. Das ist doch jetzt scheiße, Mann. Falsche Richtung. Wir müssen den nur ein Stückchen vorkriegen. Ey, das darf doch nicht, was da ist. Das Ganze vergessen, wir kommen... Oh, geil, ja. Okay, das sieht schon gut aus. Ranschieben. Ja, wie richten wir den wieder auf? Das ist egal. Das ist eine scheiß Barriere. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Also, nur so zur Info, ne. Spezi ist innocent und ich bin auch innocent. Habt ihr Beweis? Ja, wir waren gerade im Trader-Tester. Ja, ich bin ein Trader-Tester, davon weiß ich auch was. Ja, super, Trader-Tester. Ja, wir sind verschanzt. Wie lange schon so verkehrt. So, wir sind verschanzt. Geil. Auf der Web ist ein Trader-Tester. Komm her. Ja, ja, auf der Web ist ein Trader-Tester. Ja, ja, ja. Du, eine Ecke ist andere Ecke. Wenn einer kommt, äh, abknallen. Ja, ja. Find ich geil. In welcher Ecke soll ich denn das hier? Äh, da... Weg da. Will jemand rein? Ja, scheiße, ne? Wunderbar. Wunderbar. Lebt noch jemand? Hey! Geil. Find ich schon irgendwie geil. Wer lebt denn jetzt noch? Doch, das war jetzt wirklich mal heiß. Wo bist du denn? Ähm... Ach so, ich darf ja nix sagen, aber... Gehen wir aus dem Gebäude raus. Wahrscheinlich sitzt ganz oben. Piz, ich darf ja nix sagen, aber... Dreh dich mal um. Piz, ich darf ja nix sagen, aber... Dreh dich mal um. Piz, ich darf ja nix sagen, aber... Dreh dich mal um. Ja... Warm. Nix warm hier. Wo ist denn das, Dulli? Das ist nur am Campen, ne? Das ist unglaublich. Lustig, dass wir auch ne gute Haste-Zeit haben, weil ich beide umgebracht habe. Spezi, das ist Ass. Ich versteck mich nicht. Nee, gar nicht. Ich lauf die ganze Zeit rum. Nee, wirklich. Drack Wundmeier. Ich kann ja nix dafür, wenn du keinen Radar gekauft hast. Du nab. Ich würd gerne... Ich hätt jetzt gern Gripplen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie er da im ersten Stock rum campt, ey. Ja. Wie es runterkommt. Du Wichskopf. Oh, schön. Tja. Siehst du, ich wusste, ich sollte dich bestrafen fürs Fremdgehen. Wo bist du denn? Warte, ich muss mir vorher noch ne Waffe holen. Och, der arme Dino. Oh Gott, ey. Hä? Spezi, hör auf damit! Hör auf meine Leiche zu verschändeln! Spezi! Spezi! Ich würde nicht meine ganze Munition... Aber... Ja, ich wollte es nicht. Ja, Baller einfach weiter. Ja, genau. Baller einfach weiter. Ich hoffe, du gehst drauf. Mit meinen Sniper skills. Ich will dir ja keinen Tipp geben, aber... Steht auf dem Dach. Nein, steht er nicht. Er steht genau hinter dir. Vorsicht! Bestimmt. Weil ich auch in der Ecke stehe, wo ich mir niemand stehen kann. Ich hasse die Map. Weht's schon. Hä? Wieso hast du diese Map? Die ist doof. Ja, aber wer redet eigentlich mit dir? Ich bin der einzige, der hier noch lebt. Ihr seid eigentlich tot, verdammte Scheiße. Ja, und? Das ist doch egal. Das kippt nur in deinem Kopf. Sniper König. Wird das jetzt gerade das Sniper-Duell oder was? Da müssen wir einfach gucken, dass er nicht erschossen wird jetzt in den letzten 10 Sekunden. Ja, ich denk's mir auch gar nicht. Ich weiß, dass du Traitor bist. Ja, dann spielt sie Straitor die ganze Zeit schon. Ja. Das ist übrigens... Ja, geil. Weißt du... Ich weiß, dass es Rain ist, aber trotzdem bist du für mich der Traitor. Wie viel AP hattest du noch? Rain, vor allem Ding. Wie viel AP hattest du noch? Ist egal, ist egal. Wie viel AP? Äh, 50. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Wie er weggelaufen ist der Pissler, ne? Ich hatte keine Munition. Das untreue Pony steht hier auch rum. Ey, lass mein Pony in Ruhe. Ah, das ist dein Pony. Wer geht hier fremd? Hä? Wer geht hier fremd? Ja, du bisher. Was? Ich? Ich hab jetzt nur andere Leute ausgenutzt und sie einfach ins Loch gefickt. Richtig. Das darf man. Ja, das ist legitimiert. Das ist legitimiert. Wie er es einfach so... Ja, das darf man. Macht das ruhig mit mir. Ist okay. Im Raum war ich ja noch gar nicht. So geil. Ja, ey. Ich bin auch da. Nein, bist du nicht. Doch! Späti! Ich hab gesagt, ich bin da. Späti, ist es! Gut. Danke. Nein, bin ich nicht. Becky, wo bist du? Wenn du mich tötest, dann bist du der Traitor an dem Ex. Dann dürfen alle auf dich schießen. Jetzt hör ich mir mal zu. Ich bin eben grad an einem pinkes Pony vorbeigekommen und der hat nix gemacht. Du hingegen läufst hier rum mit einer gotthaft... Ich bin an einem lila Pony vorbeigekommen und habe... Ja, reden weiter. Ich habe nichts gemacht. Alle mit ihren Ponys. Nein! Das ist ein Wahnsinn! Alle mit ihren Ponys. Das ist ja unbelievable. Mann! Ja, mit so viele Popo, 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 Popo. Ach, naja Leute. Was, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. Was, aber die Runde ist noch nicht vorbei! Ja, ich weiß, aber es ist schon wieder gecrasht. Ah, wirklich? Warum? Ja. Wie ist das denn gecrasht? Oh, Thumbnail! Wir haben Thumbnail, Leute! Gut, wunderbar. Ein kleines Höschenblitzzeug und so. Das ist... Und noch reinballern. Jetzt haben wir noch eine Regel. Ich hab grad den Little Helper zum ersten Mal gekauft. Krass. So Leute, ich bin ja dann erstmal weg. Also, ciao! Bis nächste Woche. Bis dann! Ciao! Ciao! Ich bin gespannt, wie viele Folgen heute rauskommt. Für diesen Diskin purm Zoo�eln. Ja! Ich glaub's mir auch gerade! Haben wir schon mal eine Matte fertig gespielt? Ja, ne? Ein paar! Zwei! Leute, wollen wir jetzt abmoderieren irgendwo mit so einer richtig krassen Traderwaffe? Ich moderiere ab, ja. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Ne, 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 wir müssen doch irgendwo uns treffen. Tschüss, Ende. Cut. Aber was ist mit der super heftigen Trader-Verabschiedung? Ja, es ist gekrascht, dass das Spiel. Schau wieder. Spitze ist noch da. Ja, bei mir ist es heute gar nicht gekrascht. Spitze, wo bist du? Ich bin auch nicht gekrascht. Ich bin irgendwo im Haus. Wir treffen uns jetzt und dann verabschieden wir uns mit der Traderwaffe. Hey, wake up. Okay, bei der kaputten Brücke. Weißt du, wo die ist? Mondmeier stupst sie an, Crash. Geil. Darf man das anfordern, wenn man sich anstupst? Äh, ich wurde auch gerade angestopst. Ja, geil. Warum sagt ihr das nicht älter im Test? Was? 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 Boah! Boah! So. Das war das... Das war der Ende der Map. Geil. Okay, okay. Dann soll ich das erstmal gewesen sein mit dieser Folge TTT. Ich bin gespannt, wie viele Folgen wir am Ende rausbekommen haben. Ich bin wirklich... Tschüss, tschüss, ich muss weg. Tschüss. Ciao. Gönn dir. Ciao, und ich bin auch reingelaufen. Krass. So, ich bin dann jetzt auch mal schnell weg, weil ich noch was anderes spielen wollte. Jaja, wir sind unwichtig. Ciao. Jaja, genau. Jaja. Mach doch nur wegen der Money und das Money läuft jetzt gerade nicht mehr als von dem her. 3, 4 Minuten. Ja. Äh. Wir bezahlen den nur für die letzten... Äh, wir bezahlen den nur bis 0 Uhr. Es ist schon 14 nach. Da denkt ihr sich, ne, kein Bock mehr, ne. Ne, ne, das ist gut. Ja, und die ganzen Crashs werde ich nicht extra bezahlt vorgemacht. Ja, ja. Gut, ciao.